Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem Oster-Video und weil wir uns letzte Woche ja auch so rar gemacht haben, gibt es also eine kleine Oster-Überraschung für euch, nämlich ein neues Modell. Und zwar, es war mal wieder, wünscht euch was, ihr habt euch ja schon lange einen schönen, klassischen, schlichten V-Ausschnitt-Pulli gewünscht und die Gudrun hat ihn für euch designt und umgesetzt. Es ist von der Liv-Jacke sozusagen, es ist die Pullover-Version und wir haben ihn auch noch aus einem eurer Lieblingsgarne und auch eines unserer absoluten Lieblingssommergarne gemacht, nämlich die Lisette von Soir-Hélène. Viele von euch haben ja den Soir-B-Pulli, das ist ja ein Träumchen, ich habe meinen jetzt, glaube ich, vier Jahre und der sieht immer noch genauso aus, die werden durchs Waschen immer schöner, das Material ist fantastisch, es ist 65% Seide und 35% Leinen. Wer es schon verstrickt hat, weiß, wovon ich spreche, es macht schon beim Stricken richtig Spaß und es trägt sich so schön, weil das Garn hat so einen tollen Fall und das mit diesen wunderschönen Farben von Soir-Hélène, also ihr werdet Freude dran haben. Und gestern kam die letzte Lieferung der fehlenden Farben noch, wir haben sie also alle da, eure Lieblingsfarben. Wir haben ihn aus Bubblegum gemacht, eine schöne frische Sommerfarbe, das wäre also hier das Bubblegum. Ich suche euch einfach mal ein paar raus, dass ihr es immer ein bisschen in Nahaufnahme seht. Fangen wir mal bei den Naturtönen an, da seht ihr also, das wäre der weiße Pfeffer, das wäre so ein warmer Naturton, dann Sand, auch eher ein bisschen wärmere Farbe und das kühle Kitt, ein Steinton. Dann natürlich sehr schön die ganzen Rosé-Töne, Blossom, Rosarot, dann eben hier dieses Bubblegum, dann das Mauve, das extra immer für uns gefärbt wird, dann Rosa-Pfeffer, Pfingstrose, Boah, das wäre natürlich auch mal wieder ein Sorbet-Pulli, ich lege es mal wieder ab. Dann kommen die schönen Rottöne, die Wassermelone, Wassermelone ist ja so zwischen Pink und Hummer, dann der Hummer, dann Scharlach, dann haben wir ganz neu, weil ja heuer Orange so angesagt ist, die Physalis, dieser schöne Orangeton, dann gibt es zwei Lila-Töne, Flieder und Lila, also Flieder und Lila und die ganzen Wasserfarben, traumhaft sicher auch, in Patina, ich stricke ihn mir gerade in Salbei, dann, das wäre das Eisblau, Jeansblau, die Karibik, der Bergsee, dann ein bisschen ruhiger das Taubenblau, Mitternacht und hier noch die Klassiker, die Kohle, Zinn und das Ebenholz. Und, nochmal eine Nahaufnahme, man kann sich sehr schwer entscheiden mit diesen schönen Farben, wahrscheinlich bleibt es nicht bei einem. Dann hier noch das Loden ist noch gekommen, das Lemongrass, Senf, die Zitrone und ganz neu haben wir jetzt auch das Flaschengrün. Wäre auch ein Sorbet-Pulli, naja, aber jetzt erst mein Lift-Pulli. Also, er heißt Liv V-Neck, die Gudrun hat ihn euch von Größe XS bis XL gerechnet, Brustumfang 85 bis 125 Zentimeter. Ihr braucht 9 in XS, ich habe wieder Größe S an, da wären es dann 10, es ist dann also immer einer mehr. Also in XS 9, in S 10, in M 11, in L 12, in XL 13. Ja, gestrickt ist er mit 3,5 und als Alternativ-Garne könntet ihr 1 zu 1 nehmen, die Pasquali-Sole, hat auch dieselbe Lauflänge, könnt ihr also von der Menge her gleich so übernehmen, also auch von 9 bis 13. Oder die Lofthand von Camerose, das reine Leinen, könntet ihr auch nehmen, hat auch die Lauflänge von 140 Metern. Dann könnt ihr natürlich auch die Liv-Jacke machen. Ihr braucht immer einen Strang mehr, weil die Blende einfach breiter ist, müsstet ihr also pro Größe einen Strang mehr bestellen oder einen Knäuel von der Sohle. Also das wäre einmal die Liv, haben wir ja in der Sommerversion gemacht, aus der Lofthand. Ihr könnt sie natürlich auch in Streifen machen und das wäre sie, so hatten wir sie in der Sohkoscho, aber passt natürlich auch perfekt in der Lisette. Also ihr seht, ihr habt eine Menge Möglichkeiten für diesen schönen, lässigen Pullover. Meiner wird an Ostern fertig, ich habe noch so ein Stück vom Erbel, aber jetzt habe ich ja ein paar Tage frei. Dann, genau, das ist die Anleitung, die gibt es wie immer natürlich kostenlos dazu, einzeln gibt sie es nicht. Ihr wollt immer noch ein bisschen was zur Länge und so wissen, gell? Also die Gesamtlänge vom Pulli S, das ist wahrscheinlich das K, ist in XS 51, in S, wie ich es anhab, 53 und bis XL geht es dann bis 61. Er ist wie immer top-down gestrickt in einem Stück, ist nicht schwierig, macht Spaß, schon allein durchs tolle Garn. Und mit den kleinen Bündchen, also einfach ein schöner Pulli. Ja, dann haben wir noch bekommen, wie versprochen, wie versprochene Nachlieferung von Life in the Long Grass. Die Merino Singles sind wieder da für unseren Charlie Wrap, zum Beispiel in diesem schönen Deep Coral. Habt ihr ja schon drauf gewartet und sehr schön wäre zum Beispiel auch der Dreamer mit dem Chili Pepper zusammen. Aber ihr habt ganz viele Möglichkeiten, weil es sind wirklich viele Farben wieder nachgekommen. Dann haben wir uns für nächste Woche ganz viele Kurse für euch noch eingestellt. Und zwar ist am Mittwoch ist ja der Stickclub von Barbara von Stieglitz. Wenn ihr einfach also mal Lust habt, gemeinsam zu sticken, dann könnt ihr euch kurzfristig auch anmelden. Sie freut sich. Dann am Donnerstag haben wir mit der Christiane Grünwald einen Corinne Lapierre Stickkurs, falls der Osterhase euch so ein kleines Stickset gebracht hat. Und ihr traut euch nicht so ganz ran oder wollt lieber gemeinsam sticken. Es gibt also am Donnerstag einen schönen Kurs mit der Christiane, wo sie euch also zeigt, wie man das macht. Und am Sonntag, nächsten Sonntag, ist dann also noch der Posamentenkurs von der Frau Düring mit den eckigen Posamentenknöpfen. Also ein bisschen Ferienprogramm in der Mercerie. Ja, jetzt aber erstmal ran an den Wienegg-Pulli von der LIV. Wir haben natürlich am Samstag für euch geöffnet. Wir sind da. Wir sitzen nur morgen gemütlich auf dem Sofa und stricken. Aber am Ostersamstag sind wir da. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz schöne Ostern, viele bunte Osterüberraschungen und ganz viel Zeit zum Stricken. Also macht's gut. Bis bald. Tschüss.